Na, also, so sieht ein vernünftiger Bullenmarkt aus, so sieht es aus, wenn der Markt mal richtig Gas gibt nach oben in dem Fall, also, alles super. Und wer jetzt sagt, ja, aber das ist doch blöd, das habe ich verpasst, dem sei gesagt, nee, naja gut, die Bewegung ist verpasst, also wir haben gestern drüber gesprochen, an welchen Stellen man das vorher erfunden schon hätte erkennen können, aber wer diese Bewegung glaubt, jetzt verpasst zu haben und sagt, das war die einmalige Chance, dem sei gesagt, je länger diese Bewegung hier ist, desto mehr Spaß macht das, was im Anschluss kommt, denn je länger dieser Arm ist, wird nach der Korrektur auch der hintere Arm sein. Und das ist das Tolle, das ist eigentlich das Versöhnliche des Marktes, dass, wenn ihr den Eindruck habt, boah, wie ärgerlich ist das, das habe ich jetzt verpasst, jetzt ist das so lang gelaufen, freut euch, so lang läuft das gerne, hinten in der dritten Welle auch nochmal. Das ist natürlich nicht immer so, statistisch gesehen ist es aber deutlich häufiger so, dass diese Bewegung gleich lang ist wie die erste oder sogar länger. Es kann locker sein, es ist statistisch sehr realistisch, aber nimmt natürlich mit der Länge dann immer wieder ab, aber dass es deutlich länger nochmal geht als die gleiche Länge. Also, wer jetzt hier verzweifelt ist, ich mache es mal groß hier im 4-Stunden-Chart, boah, der Nass da, jetzt ist er so stark nach oben gegangen und ich habe es verpasst, hier unten hätte ich gerne, wäre ich eingestiegen. Ja, wer das hier unten nicht gesehen hat, nicht konnte, nicht wollte, nicht durfte, der hat die nächste Chance, wenn die nächste Korrektur hier passiert, dass sich anschließend das Ganze ja wiederholt mit Chancen auf mehr und selbst wenn er dann dreht, dass wir zumindest mal so dieses 1-zu-1-Verhältnis wiederhaben. Also, ich bin gar nicht traurig, wenn das hier noch länger wird, dann geht ja auch der hintere Anstieg noch länger. Also, ihr seht, lasst den doch so lang machen, wie er will. Nach der nächsten Pause ist das eine gute Einstiegsmöglichkeit, um da reinzukommen. Also, ihr seht, das, was wir gestern hier im Kleinen besprochen haben, ich mache nochmal hier im Kurzen das, im 5-Minuten-Chart, ihr seht, das ist das, was wir hier hatten und danach die Korrektur und anschließend die Fortsetzung. Gleich lang oder von mir aus auch gerne länger, das wird sich im Nachhinein herausstellen, aber solange ihr dreiwellige Gegenbewegungen habt, irgendwas, was immer so klein wackelig ist, hier kann man vielleicht auch noch das so dreiwellig sehen, manchmal erkennt man es nicht, aber immer, wenn es so dreiwellig ist und dann diese Marke durchstößt, ist eine Fortsetzung sehr realistisch. Wenn das die erste Korrektur ist, dann gerne die gleiche Länge nochmal, was wir vorher hatten, aber vorsichtig, das ist nicht die erste Korrektur, wir hatten ähnlich große hier schon mehrmals, also jetzt können wir über die Länge hier nichts sagen im Kleinen, aber Fortsetzung gilt natürlich hier genauso. Also, ihr seht, das ist im 5-Minuten-Chart von der grundsätzlichen Idee nicht anders wie im 4-Stunden-Chart oder gegebenenfalls noch eine Nummer größer im Tages-Chart. Also, das Prinzip ist natürlich exakt das gleiche und wir haben jetzt die beste Voraussetzung, dass da noch mehr folgt. Und wer jetzt daraus, der Mensch, der Rüdiger, der ist so begeistert von der Aufwärtsrichtung und wir vertrauen dem mal, der hat keine Haare mehr, der wird wissen, was er tut. Und, nee, jetzt zu kaufen, halte ich für überhaupt nicht clever. Ja, aber kann doch noch weiter steigen. Und selbst wenn er dann zurückkommt, ja, dann steigt er doch auch weiter, sagst du. Dann gehe ich doch jetzt schon rein, muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Vorsichtig, das Ganze geht immer unter der Bedingung, dass nach diesem Anstieg, dass danach eine Korrektur ist. Korrektur so ein bisschen so in die Mitte rein dieser Entfernung. Fibonacci 38, 61, 8, so diese Ecke. Und dass das dreiwellig oder korrektiv ist. Ihr seht, hier hatten wir auch einen starken Anstieg, da sind wir nicht korrektiv. Ach, nee, hatten wir nicht, also nicht long. Ob das hier passiert, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß aber, wenn das passiert, geil, dann ist die Erwartungshaltung groß, dass sich das, was wir vorne haben, da hinten nochmal wiederholt, plus x. Also sogar nochmal die Chance auf mehr. Wer also jetzt sagt, boah, ich habe keinen Bock, das abzuwarten, der geht das Risiko ein, dass statt dieses Rücksetzers der Markt sagt, ja, nette Idee, Rüdiger, aber machen wir nicht, wir gehen in diese Richtung. Das heißt, bitte, bitte, seid keine Schnellschießer im Sinne von, nö, ist ja klar, was jetzt hier als nächstes passiert. Lasst euch das zeigen, dass das korrektiv ist. Aus meiner Sicht ist das wichtig und es ist ein sehr häufig gemachter Fehler, dass man sagt, ja, so lange kann ich nicht warten, will ich nicht warten. Wenn ihr nicht so lange warten wollt, ist das überhaupt kein Problem. Dann macht er den Trade halt nicht. Wenn ihr sagt, ah, dann verpasse ich was. Macht das nicht. Es ist typischerweise zu riskant, dass nach solchen Anstiegen eben keine Korrektur kommt, sondern dass der Kurs sagt, nee, Pustekuchen, wir drehen nach unten weg. Also diese Begeisterung ist ähnlich wie diese Begeisterung, total klasse, aber noch aussagenlos oder sagen wir tatenlos, denn es fehlt ja noch die Korrektur. Für all diejenigen, die aber irgendwas tun wollen, Intraday kann man natürlich sagen, naja, solange wir irgendwie steil hochgehen, wackelig runter, ist es wohl eher die Fortsetzung, dass es nochmal ein bisschen weiter nach oben geht. Dafür sind die Chancen dann so lange noch gegeben. Das Bild fängt im Kleinen an zu kippen, wenn ihr hier scharfe Abwärtsbewegungen bekommt und dann sowas und wenn sich das noch eine Ebene größer dann eben ausarbeitet, ja, dann haben wir stark runter, wackelig hoch und nochmal die Abwärtsseite. Also so seht ihr auch im kleinen Bild, was hier als nächstes gespielt wird. Was ich jetzt euch hier gezeigt habe beim Nasdaq, das gilt natürlich auch bei den anderen Indizes. Ich habe hier das Originalbild von gestern völlig unverändert und ihr seht, da haben wir schon drüber gesprochen. Anstieg, sehr realistisch, jawohl, haben wir gekriegt. Rücksetzer, die Korrektur, die fehlt noch und anschließend noch der Trigger, das heißt, dass die Abwärtsseite auch für beendet erklärt wird, die fehlt hier natürlich noch, aber ihr seht, so könnt ihr euch orientieren und das gilt auch natürlich für den Dow Jones. Sowohl in der kleinen Konsequenz, hier im 5-Minuten-Chart hier in dem Fall, wie auch im 4-Stunden-Chart, wie möglicherweise auch für die ganz langfristigen unter euch, das, was wir hier haben, möglicherweise das ist, was wir hier haben, auch hier mit der Fortsetzung nach oben. Also ihr seht, wenn ihr dieses Verhaltensmuster einmal so halbwegs im Hinterkopf habt, werdet ihr immer wieder Situationen, immer wieder Zeitebenen und immer wieder Märkte finden, bei denen dieses Bild auftritt und dann habt ihr eine sehr hohe realistische Chance, dass sich das eben nochmal entsprechend weiterentwickelt. Das ist nicht immer so, aber die Chance dafür ist sehr groß, dass sich das eben entsprechend so verhält und dementsprechend haben wir hier die besten Voraussetzungen, dass der Bullenmarkt gerade erst begonnen hat. Wie weit wird er dann gehen? Naja, das, was wir vorne haben, hinten nochmal. Bitte diese Zahl jetzt nicht auswendig lernen, weil noch haben wir weder den dynamischen Anstieg, noch haben wir diese Korrektur. Also davon jetzt auszugehen, dass der Kurs zwingend dahin geht, ist natürlich ein bisschen früh. Wir dürfen nicht vergessen, wir hatten hier bis jetzt eine Situation, ich sage mal, solange wir hier drunter bleiben, ist sowieso noch die Abwärtsseite sehr relevant. Also würde ich jetzt da noch nicht so super euphorisch sein, was ja Preise dahingehend oder noch höher angeht. Aber die Chancen sind da. Das hier ist ein gutes Zeichen. Wer jetzt schon long ist, bleibt einfach long. Also im großen Bild. Im kleinen Bild könnt ihr natürlich überlegen, den Stop dann irgendwann enger nachzuziehen, weil ihr sagt, naja, wenn jetzt dieser Rücksetzer kommt, den will ich nicht aussetzen, dann mache ich lieber eine neue Position wieder auf. Dann nehme ich, wenn ich hier irgendwo long gegangen bin, hier oben gewinne mit. Dafür gibt es Methoden, den Stop hinterherzuziehen. Parabolic, super Trend. Vier Stunden seht ihr, ist viel zu weit weg. Fünf Minuten ist viel zu dicht dran. Möglicherweise ist es so Viertelstunden mäßig, das kann man ja mal schnell checken. Während ich mich hier zurecht räusper. Also das ist schon eher etwas, wo man sagt, okay, wir sind dann relativ dicht dran. Die meiste Zeit hätten wir es überlebt hier. Solange der Kurs hier weiter läuft und läuft und läuft, ist es gut. Manchmal fliegt man zwischendurch raus. Ja gut, das kann passieren. Aber der insgesamtige Verlauf ist dazu schon passend. Wer short ist, naja, dafür gibt es überhaupt keinen Grund, jetzt da noch short zu sein aktuell, jetzt in dieser Geschichte. Es sei denn im ganz großen Bild, aber wir wissen ja im ganz großen Bild, selbst das hier, Kurse bis hierhin, wären ja auch nur eine Dreiwelle bis dahin und würden die Short-Seite dann nochmal aufrecht erhalten. Das ist also sehr, sehr speziell. Da müsste man über jeden einzelnen, über jede einzelne Idee, wo seid ihr reingegangen und so weiter raus. Das werden wir ja auf dieser Plattform hier so nicht besprechen können. Aber ihr habt jetzt so ungefähr eine Idee, mit was ihr rechnen könnt, mit was ihr rechnen müsst. Das gilt natürlich grundsätzlich für den DAX genauso. DAX Future beispielsweise hier ein wunderschöner Anstieg. Schaut euch den an. Schöner kann man den nicht faken, wenn man einen impulsiven Anstieg haben will. So in etwa muss das aussehen. Super. Jetzt brauchen wir aber auch hier Korrektiv und Korrektiv ist mehrwellig wackelnd mit Kursüberschneidung oder A, B, C hier runter und dann hätten wir gute Voraussetzungen für nochmal einen deutlichen Anstieg. Da wir hier beim DAX sogar dieses Zwischentief hier durchstoßen haben schon, ist die Abwärtsseite im Moment entweder kursüberschneidend, das spricht dafür, dass es nicht das Hauptthema ist, die Abwärtsseite, oder dreiwellig, so wie ich es jetzt gezeichnet habe. Beides hat ein bullisches Grundsentiment. Also ich sehe eine realistische Chance, dass das, was wir im Kleinen hier erahnen, noch ist es ja zu früh, da fehlen ja noch maßgebliche Teile, aber dass Sachen, die wir hier im Kleinen sehen, vielleicht im Großen sogar dazu führen können, dass die Welt doch wieder schöner aussieht und der Markt echt nach oben geht und sich noch ein gutes Stück entfernt. Im Moment ist das natürlich noch nur eine Idee, aber durchaus eine, die sich noch bewahrheiten kann. Also das bitte noch nicht so super ernst nehmen, das sollte ein Fragezeichen werden. Das ging deutlich nach hinten los, aber das ist natürlich noch nicht sicher. Bitte dafür nicht zwingend ausgehen, aber die Chancen, dass sich der DAX vorläufig hier erstmal in einer Abwärtsbewegung befindet, die korrektiv ist, das macht ja auch durchaus Sinn. Schaut mal hier, Gegenbewegung, Gegenbewegung, alles überschneidend, hier im Kleinen, Gegenbewegung, Gegenbewegung, alles überschneidend. Das heißt, diese Abwärtsbewegung, so tief sie gegangen ist, so sehr sie die Menschen erschreckt, wir erinnern uns an das, was ich euch gesagt habe, der Kurs unterschießt gerne mal eine Marke, aber letztlich ist das alles nicht die Haupttrendrichtung mit diesen vielen Kursüberschneidungen. Also ich würde mich nicht wundern, wenn wir zumindest vorläufig erst nochmal einen deutlichen Anstieg haben und die Frühindikation, die könnt ihr sehen im kürzerfristigen Chart, so wie ich euch das bei den Amerikanern gezeigt habe. Das Prinzip ist hier genau das gleiche. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute für die eigenen Ideen, für die eigenen Umsetzungen. Ihr werdet von mir hören. Liebe Grüße. Bis dann. Ciao, ciao.